Kommen Sie vorbei und lachen Sie! Begrüßen Sie mit lautem Applaus das berühmteste Pony von den Shetland-Inseln! Holly! Wir brauchen Ersatz für ihn, und zwar ein Pferd, das gehorcht! Der Direktor! Der Direktor! Komm mit! Ein... Auf ein... Zwei... Tierisches Abenteuer! Drei... Überraschung! Nach dem beliebten Kinderbuch! Wenn Broncalo Poli vor uns findet, lässt er ihn schlachten, dann machen Sie aus ihm Gehacktes! Ja, Pferdewurst! Ihr müsst uns helfen! Mich wundert es nicht, dass dein Pony ausgebrochen ist. Wenn nun bedenkt, wie du deine Tiere behandelst? Niemand darf erfahren, dass Poli hier ist. Ich weiß, dass ihr es keinem akzeptiert. Ich schwöre! Mach dir mal keine Sorgen, sie werden für eine Weile abgelenkt sein. Meine liebe Maman, ich bin auf dem Weg zu Papa. Lassen Sie mich das machen. Ich kenne mich hier in der Umgebung gut aus. Wir setzen einfach die Talki Walkis ein. Ich kann sie hören, Mon General! Ich weinte aus dem Gerät! Seit wann treibst du dich mit dieser Göre rum, hä? Lasst uns anfangen! Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft Wir werden für immer zusammenbleiben. Wir werden für immer zusammenbleiben. auf dem Weg dich mit dieser Woche divertiert. Untertitelung des ZDF, 2020